Heini Bär Seit gestern Abend habe ich den mal wieder runtergelegt und du hast ihn sofort entdeckt? Ja? Was ist denn das nun? Ist das der Staatsfeid oder ist das ein Baby? Erzähl mal, ne erzähl mal lieber nicht Du Rübensüß Hast du dir jetzt die Sprache verschlagen, ja? Finde ich gar nicht schlimm, mein Schatz Finde ich gar nicht schlimm, nein Gut, ich lasse ihn mal noch liegen, ne? Wenn es dich zu sehr verwirrt oder du es füttern willst Okay, ich lasse ihn doch nicht liegen Du guckst schon wieder so komisch Mein Süßer, will dich ja nicht verwirren Schwuppet die Wupps, weg ist er Jetzt kannst du wieder kommen